Mir gefällt besonders an Thermomix, dass ich mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann, dass ich immer wieder neue Leute kennenlerne, dass ich in verschiedene Familiengrößen reinschauen kann, wie das in einer kleinen Familie funktioniert, wie es in einer Großfamilie funktioniert. Und ich finde es einfach spannend, dass ich vielleicht neue Leute kennenlerne, Freunde kennenlerne, hier im Team neue Freunde kennenlerne, mit denen ich auch meine Freizeit gestalten kann. Was ich am Job schätze, ist einfach, dass ich flexibel arbeiten kann, dass ich meine Zeit so einplanen kann, dass es mit meinem Freizeitleben, mit meinen Hobbys übereinstimmt, dass ich keine fixen Zeiten habe, sondern ich kann auf den Kunden auch eingehen, dass es für ihn vielleicht am Abend geht oder am Wochenende. Und das stimmt bei mir mit der Freizeit und mit meinen Hobbys auch sehr überein. Also das sind für mich die größten Vorteile, dass ich flexibel arbeiten kann.